Hast du Lust Knoblauch zu ernten? Ja! Was wolltest du sagen? Du wolltest doch gerade was sagen. Ähm, wir pflanzen Pflanzen raus. Wir holen Pflanzen raus, ne? Und welche? Knoblauch. Wir holen Pflanzen raus. Knoblauch. 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 Ist auch schwer, ne? Knoblauch. Knoblauch. Genau. Ich soll was sagen? Aber du wolltest doch was sagen. Jetzt ich. Gut, ich hole jetzt mit der kleinen Maus hier, die mich heute Nacht dreimal geweckt hat. Dreimal hast du mich geweckt. Mit der kleinen Maus hier hole ich jetzt hier den Knoblauch raus. Ja, den ersten Knoblauch rausziehen. Na, darfst du. Und dann halt mal. Halt mal hoch, zeig mal. Oh, der ist aber schön, ne? Ja. Der ist aber schon reif, ne? Guck mal, wie reif der schon ist. Und was da so große Knoblauchzwiebeln, Knoblauchzehen dran sind. Ja. Toll. Kann ich reinmachen? Reinmachen, genau. Genau, weiter unten anfassen. Ui, noch ein. Die ist aber schon reif geworden. Die ist auch schon reif. Ja, die andere war schon ein bisschen überreif, ne? Ja. Der Zeit. Gut. Nächste. Ein bisschen locker machen wieder. Guck mal jetzt, ob du sie rauskrießt. Oh, ein bisschen abschütteln die Erde. Genau. Abklopfen. Mehr. Kannst du auch mit den Händen dran an der Wurzel. Genau. Passt dir die Erde ein bisschen ab. Super. Nächste Mal kann man Wasser. Erde. Ich hasse Erde. Du hast Erde? Ja, wegen die Krannesbavionen. Aber weißt du was? Wenn es die Erde nicht gäbe, dann hättest du jetzt gar keine Pflanzen, die du essen konntest. Die Erde ernährt dich. Die Erde sorgt dafür, dass du leben kannst. Und du auch? Ja, und ich auch. Ohne Erde? Ohne Erde hätten wir kein Essen. Du willst. Na, na, probier. Ich versuche es nicht. Na, probier. Nächste. So. Bist du Muskeln? Oh. Bumm. Und ich hängel. Ah. Das ist die Erde. Das macht doch nix. Hast du weh getan? Ja. Ja, hier. Hast du. Ich hängel. Da läuft. Ja. Machst du's sauber oder nicht? Bisschen sauber machen? Die da vorne sind auch alle noch nicht sauber. Abgeschüttelt. Ja, ein bisschen die Erde abmachen, ne? Der Salat, der wird ja auch langsam bitter, der wird zu hoch. Können wir gleich einen Salat an die Hühner verfüttern. Hast du Lust dazu, Luna? Ja. Lieber machen wir das jetzt. Herr Huber, ich wollte, der pro Morgen ist sehr schön. Sehr schön? Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Und wir haben den extra gemacht, wo ich Pause gemacht habe. Aber eigentlich mag ich Pause, wenn ich k.o. bin. Und wer hat dann die Arbeit gemacht? Du. Ich. Und man hat wohl die Arbeit gemacht. Ganz in meiner. Na, ein bisschen. Am Anfang hast du ja auch ein bisschen geholfen, ne? Und ich hab ein bisschen in der Heft. Ja. Und dann hab ich noch draußen in der Est. Was ist das? Knoblauch. Knoblauch. Knoblauch, ne? Nein. Doch. Das ist Knoblauch. Knoblauch. Das da ist Knoblauch, was da unten liegt. Nicht das. Das da. Das ist Knoblauch. Nein. Knoblauch. Knoblauch. Das ist schon mal. Das schnick hole ich mich. Schnitt. Lauch. So. Da ist jetzt der Knoblauch. Knoblauch. Da hab ich ein bisschen vorsortiert. Das ist Knoblauch. Der geht schon ein bisschen auf. Der wird dann am schnellsten verwertet. Und der Haufen da. Der wird richtig schön gelagert. Da flechte ich dann noch einen Zopf. Knoblauchzopf. Kann ich euch auch noch zeigen. Um. Aber ich kann auch noch einen Zopf zu machen. Das ist das Knie und dein Knie und dein Knie. Und das ist ein Knie. Das ist ein Knie.